so hallo wir machen jetzt aber mal rucki zucki hier weiter nachdem ich mir die kopfhörer noch eingestöpselt habe moment ich höre noch nichts ich höre noch nicht das typische wird von den sendungen verzögern sich wenige minuten wir haben es gleich ich könnte eigentlich ich bin so blöd ich könnte ja schon mal eine mission starten hier da vielfältige bedrohung auf geht's so die starten jetzt schon mal derweil stöpsel ich mich hier mal ein war das die mission mit den kräumen es gab irgendeine mission mit zwei crocs scheiß jetzt habe ich nicht geguckt ob es die war so zack jetzt habe ich den ladebildschirm genutzt um mich hier einzustöpseln das klingt wahrscheinlich alles gerade ganz fantastisch so jetzt hoch jetzt hat hammers jetzt geht es weiter also es geht noch nicht weiter weil es hat immer noch nicht geladen rip an der stelle ja war das jetzt auch gott irgendeine mission hatte zwei crocs eingezeichnet war das die verflucht ich weiß es nicht mehr muss jetzt nach crocs suchen oder nicht scheiße oh nein das ist jetzt eine große mission soll ich da als crocs suchen die sind aber alle schon an ihrem punkt wo sie sein sollen das ist doch schon mal gut ich laufe gleich mal zurück also wenn dann sind es maximal zwei crocs also sollte ich zwei crocs finden sollte ich einen croc finden wäre es ja schon happy wäre ich ja schon happy ich schau mal allerdings sind es jetzt nicht so schwierige das ist jetzt nicht so schwierige von der map her sachen zum finden es gibt nur maximal ein paar gänge wo halt ein crocs sein könnte oh ja wir brauchen äpfel nur dass das sich auflädt sehr wichtig sehr sehr wichtig das hat ja nicht hin gehauen ach so war ich schon schon geschafft habe okay so dass ich ganz kurz einmal mit link hier raus oder auch nicht wirklich ach so geht es hier erst auch wenn ich alles erobert habe dann muss ich ja wechseln sogar okay dann wechseln wir erstmal durch ist okay dann laden wir bei allen auch die a-attacke auf das ist ja umso besser hier ins gesicht das wollte ich nicht wir haben ein paar ich bin gleich bei dem mifa ich gucke ganz kurz ob ich hier schon croc ich sehe sieht aber nicht danach aus hier kann ich aber doch schon durchlaufen ich schau mal eine guck als jetzt so dumm dass ich nicht geguckt habe ob das eine croc mission war ne ach ich könnte schon wieder ich könnte schon wieder zur sau werden einfach aber es würde sich halt echt es würde sich halt echt anbieten dass hier crocs sind ja ich mein ja aber hier ist jetzt hier wird nachher noch ein kampf stattfinden ist es hier schon wieder so arenenmäßig aufgebaut alles da kann man noch rein oh nice da kann man noch mal den äpfel auf den den äpfel die äpfel aufladen mehr dinge zum kaputt machen die gehen aber nicht kaputt schade okay aber dann war das das hier schon hier war nix weiter na gut weiter komme ich mit zelda noch nicht hier ist dann immer noch dicht okay mifa jawoll und unsere bären sind wieder voll sehr schön ich sag mal äpfel ich sag mal bären an sich sein von uns zu essen da hallo auch schon da das hat macht einen Abflug. So. Alle Vorposten erobert und jetzt geht's, jetzt gehen die großen, genau, jetzt gehen die großen Wege hier auf. Sehr schön. Ja, und jetzt ist natürlich alles voll. Jetzt gehen wir mit Mifa einmal ganz kurz nach hinten. Nach da hinten. Hier war mal ein Krog. Vielleicht haben sie ja wieder einen hingesetzt. Wahrscheinlich ist die Krogsuche gerade völlig unnötig, wenn ich einfach mal geguckt hätte und gesehen hätte, dass hier nichts ist. Aber dann sind wir zumindest Rubine. Ist doch auch schön. Aber mehr ist hier halt tatsächlich nicht. Okay. Okay, dann schließe ich das hier mal ab, gedanklich. Mal gucken, ob ich ein bisschen kaputzt gehe. Ist auch nix. Ist auch nix. Da oben ist noch ein Gang. Da oben ist noch ein Gang offen. Den kann ich noch besuchen. Ich fange mal ganz fix hier oben. Es würde sich halt einfach anbieten, dass das hier die die Krog-Stage ist. Wir hatten irgendeine Stage, war eine Krog-Stage, glaube ich. Ich weiß es halt nicht mehr so sicher. Das ist das Problem. Ich hätte gedacht, irgendeine habe ich gesehen, wo ich noch gesagt habe, Oh, zwei Krogs gibt es da sogar. Aber ich weiß nicht mehr welche. F. Jetzt habe ich hier auch alles durch. Da ist noch ein Gang nach hinten. Hier irgendwas Spannendes. Okay, dann gehen wir mit Mifa erstmal vor. Jetzt ist allerdings eh alles. Ah, nee, ist es immer noch nicht alles offen. Es hat jeder noch seinen eigenen Bereich. Okay. Nice. Beide erwischt. Aua. Ja, ist ja gut. Jawoll, füll dich ab. Zack. Sehr schön. So, das war das. Jetzt gehen wir einmal vorsichtig den Gang hier nach hinten. Da war auch im Original mal ein Forry. Hi, ich komme gleich zu dir. Ist auch nix. Ich glaube so langsam, dass hier nichts ist. Oh, es ist eine Leune. Ah, der hängt viele aus. Das ist jetzt schon nervig. Aber was soll's. Ach, du es war quer. Keine Zurückhaltung. Ich beschütze alle. Nein. Oh nein. Der soll abkühlen. So, abkühlen hier. Ab dafür. Ich mag ihn. Also attackentechnisch ist mir einfach echt cool. Kann man nicht anders. Aua. Kann man nicht anders sagen. Ja. 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 Das sollte abkühlen. Ja. Ja. Keine Zurückhaltung. Ja. Zurück. Ich gehe nicht nach. Keine Zurückhaltung. Ja. 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 Hier zur Zeit ist D Lazarus. Das habe ich noch nie so wahrgenommen. höher! Ja. Hey. Zurück. Ich gebe nicht nach. Ja. 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 Das wurde abkühlen. Không! Das wurde fast abkühlen. だから, auf dem Ela war ganz wichtig. Also wie oft wo? um, Corrie? Nein. Short. Short, short, short. Okay, haben wir damit wieder abgefrühstückt? Ich denke, ja, hier ist zu, hier geht's nachher weiter. Das heißt, da kann sie nicht hin. Ah, hier kannst du noch was kaputt machen. Das hat Zoom gemacht. Das ist das andere Zoom. So. Ah, da ist noch ein Gang. Da ist noch ein Gang für Mifa. Oh, ah. Das heißt, das geht dann nachher auf, wenn Link sein Zeug gemacht wird. Ach, guck mal. Ja, zu dem Machen war auch kommt Link jetzt gleich hin. Dann sausen wir mal eben schnell noch hier rum. Schauen wir mal, ob hier irgendwas ist. Es ist sicherlich nicht verkehrt, Mifa schon mal dahin zu schicken. Ha! Es ist die Stage mit den zwei Crocs. Okay, das ist Nummer eins. Ah, gut, dass ich nachgedacht habe. Sehr schön. Dann brauchen wir noch einen Cock und dann sind wir schon happy. Aber das geht nicht kaputt. Okay. Okay, wir haben's. Sehr gut. Jetzt können wir einfach durchspielen. Link! Alter, geht mir nicht auf den Keks. sooo. Genauso. Mifas sagt, als nächstes bin ich an der Reihe und hat gerade schon alles erledigt. Auch in Ordnung. tschüss. So, Magmarok, du bist next. Ich hab nicht aufgelenkt. Ich hab nicht aufgelenkt. Ich hab nicht aufgelenkt. Ich hab nicht angeteilt. Aber ich habe nicht mehr Ach nee. Eine lange Mission, aber wie gesagt, zum Glück haben wir schon die Crocs gefunden. Da sind noch Kisten, jawoll, so. Okay, Zelda, mach das Ende. Ich übernehme, Link. Schön. Halt! Ich warte. Nice. Halt! Ich war siekreis. Nun gut. Es ist vorbei. Oh, ich mag die Erweckte Zelda, mag ich viel mehr als die andere, ne? Muss ich ja mal einfach so sagen. Ja! Das sollte reichen! Okay, den fände ich jetzt natürlich mit Link angenehmer, weil er halt ins Auge schießen kann. Aber gut, was soll's. Noch nicht! Zelda kann auch ganz coole Tricks. Wow, das hat mich hingehauen, okay. Okay. Ja, das kommt danach noch was. Also, ist es gerade sinnvoll, mein A aufzuheben oder verschwenden? Also, hätte ich es jetzt einsetzen können, das weiß ich halt nicht. Ich lass es jetzt aber, weil ich hab ihn eh gleich down. Na? Aua. So, ab dafür. Achso. Gut, ich hätte meine A einsetzen können, bei allen Charakteren. Naja. Was soll's. So. 39, 43, 29. Ist das halt eh egal bei Link. Ah ja. Stab. Und schon. Achso, ich schaue vorbei. Okay. Das habe ich nicht spannend aus. Dann, ich spanne das. Bedürfnis. Bei Suche mit Sensor? So, plus 15 Prozent, okay. Auch nichts Spannendes. Ja. Können wir einfach weghauen. Einfach weg mit dem Zeug. Ach so. Was will ich mit den Feen? So, sehr schön. Fast die ganzen Part für eine Mission aufgebraucht, aber jetzt so eine kleine können wir noch machen. Ich denke, eine kleine finden wir noch. Ach, keine neue Mission danach. Sehr gut. So, was haben wir hier? Die Zukunft Hyrolds klingt nach einer längeren Geschichte. Da müssen alle gegen ihre Zukunftstypen kämpfen. Äh, haben wir noch irgendwas überhaupt? Ich dachte, wir hatten noch drei Missionen. Hatten wir nur die zwei Missionen? Ich dachte, wir hatten drei Missionen. Da habe ich mich wohl verguckt. Dann bleibt nur noch die Zukunft Hyrolds. Ach nee, hier ist noch eine. Siehste, wusste ich doch. Sieht uns auch noch. Okay, das klingt nach, das klingt nach was kurzem. Da gehen wir rein. Da sehe ich mich. Da gehen wir kurz noch rein. Seedons Octorok-Kampf. So einfach random Seedons Octorok-Kampf. So ist... Hat einfach überhaupt keinen Sinn. Ist einfach Seedons Octorok-Kampf, okay. Werden also nur gegen Octoroks kämpfen. Na, ich bin gespannt. Ja, wow. Riesige Map auf jeden Fall. Gab's hier Crocs? Oh nee, aber ein Zeitlimit. Okay, cool. Ah, das sieht so cool aus, wie er auf dem Delfin reitet, ne? Muss man einfach mal sagen. Wow. Alter. Okay, also 80. 80 Octoroks erledigen. Oh, das ist so ein Ding. Ja, leider doch. Aber ich will den Bogen von Link haben. Das ist ja früher mit Sidon. Sicher. Ja, stimmt. Da kommt man aus der Zukunft. Und dann muss man gegen Octoroks kämpfen. Ist auch stabil. Habe ich die jetzt alle mitgenommen? Ich darf hinter mir... Nein, ich habe da welche übrig gelassen. Ich darf, glaube ich, keinen übrig lassen. Es sind bestimmt genau 80. Gehe ich ziemlich stark von aus. So, jetzt habe ich alle hier mitgenommen. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Da ist noch einer. Okay, ich denke, da haben wir alle jetzt. Da hinten ist noch eine in der Ecke. Und eine Kiste. Ach, die Kiste war der... Ich wollte gerade sagen, die ist ja gar nicht eingezeichnet. Aber ja, läuft. War natürlich ein Fake. So, da sind die ersten Down. Gleich haben wir es. Wir sind richtig viele jetzt drin in den... Ja, wow, das war's. Okay, easy. Und noch einen Leunenkampf. Natürlich. Aua. Ach, komm schon. Ich wollte eigentlich ausweichen, aber gut. So geht's auch. Ja, genau so. Nice. Ach, Mann. Schaffen wir es, ohne Essen zu nehmen? Ich habe ein bisschen Bedenken. Keine Gnade. Aber jetzt sieht es dann doch wieder etwas besser aus. Zack. Nein, ich wollte einen Attacken, Harald. Ach, komm, das werden wir doch jetzt noch hinkriegen, ohne zu essen. Nice. Weg mit dir. Yes. Nice. Sehr schön. Nice. Hm. sehr neues der will ab schaden in der luft plus sieben erhöhter verkaufswerte nice gleich verkaufen gleich verkaufen gehen was gut eine neue mission doch mal wo war das jetzt gerade da kein kopf gepasst so einmal schnell verkaufen 815 ja stabil so gut was ist da jetzt aufgetaucht bruder und schwester okay das klingt auch interessant dann beim nächsten mal die zwei anderen missionen hier und dann haben wir vielleicht endlich mal das finale erreicht danke fürs zuschauen und tschüss